Hey, Niklas hier von PPF. Heute mal ausnahmsweise nicht direkt vor der Kamera, sondern hier an meinem digitalen Whiteboard sozusagen. Hat einfach den Grund, dass dieses große Thema, worüber wir sprechen wollen, ziemlich diffus ist und ich versuche das Ganze bildlich, logisch in der Mindmap darzustellen, wie du jetzt auch schon siehst. Ja, es geht um das Thema Regeneration. Das ist für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln, was nicht wirklich greifbar ist, was auch tatsächlich extrem vielschichtig ist und was wir definitiv auch nicht hier in diesem Video voll und ganz besprechen können, voll und ganz erklären können, ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel von diesem Video ist jetzt einfach, dass wir das Ganze mal auf einer großen Ebene uns anschauen, dass wir für einen guten Überblick gewinnen und dass man dafür ein Grundverständnis hat, wie das Ganze überhaupt abläuft. Das werden wir uns zuerst angucken auf der linken Seite und uns dann im Anschluss die einzelnen Bestandteile von Regeneration angucken. Und damit wollen wir auch schon direkt starten. Wenn man den Ablauf erklären will, eignet sich da super ein Modell für und dieses Modell ist das Prinzip der Superkompensation. Ist schon ein bisschen älter, ist auch nicht komplett von Kritik frei, aber es ist sehr einfach zu verstehen. Und es ist sehr greifbar, sehr bildlich und eignet sich deswegen eigentlich perfekt für unsere Zwecke. Wir werden uns zuerst anschauen jetzt, wie das Ganze im Optimalfall aussehen sollte in der Theorie. Wie gesagt, ein Modell ist immer so ein grundsätzlich vereinfachender Modell, immer irgendwas aus der Realität. Es bricht es runter auf die wichtigsten Punkte, damit es halt grafisch, so wie hier, sichtbar ist und darstellbar ist. Wie gesagt, es ist stark vereinfacht, aber es ist nicht unbedingt so simpel, aber um ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen, reicht das auf jeden Fall vollkommen aus. Gut, also ein bisschen größer machen hier. Das ist im Endeffekt die übliche Grafik, die sieht vom Kern her immer gleich aus. Die wird halt manchmal ein bisschen anders dargestellt, aber das ist halt diese typische Form davon. Und Ausgangspunkt ist immer eine Trainingseinheit. Und die ist halt hier ganz am Anfang, also auf Zeitpunkt 0 ist die Trainingseinheit und auf der Y-Achse ist quasi unser Leistungsniveau, unsere Leistungsfähigkeit dargestellt. Wir fangen an am Ende des Trainings und da ist natürlich klar, dass unmittelbar nach der Trainingseinheit unser Leistungsniveau erstmal fällt. Das ist ja auch klar, wir haben trainiert, sind der Schock, wir sind müde, wir haben Hunger, unsere Muskeln haben vielleicht 100% gegeben, tun weh, wir fühlen uns platt. Und ja, das ist ja klar, dann sinkt erstmal natürlich unser Leistungsniveau und wir sind natürlich nicht mehr so leistungsfähig wie voll im Training. Das ist ja klar, wir sind geschwächt, wir haben unseren Körper höchstwahrscheinlich an eine gewisse Grenze gebracht, vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus. Dementsprechend ist ein bisschen was kaputt gegangen, wir haben vielleicht Muskelkater, war ich ein bisschen verspannt. Ist ja ganz klar, erstmal sinkt die Leistungsfähigkeit. Dann jedoch fing unser Körper an zu arbeiten und das ist dann im Endeffekt auch der Zeitraum hier, wo wir regenerieren. Und er fängt erstmal damit an, das ist ungefähr so in diesem Punkt hier, dass er die Schäden, die wir im Training gemacht haben, erstmal repariert. Das heißt, Energie wird wieder aufgefüllt, Kupenhydrate zum Beispiel und Muskulatur, unsere Risse in der Muskulatur werden repariert. Und so steigt dann auch wieder Schritt für Schritt die Leistungsfähigkeit. Bis hier in diesem Punkt hier vorne sind und hier haben wir unser altes Niveau, also vor der Trinkseinheit, das Niveau haben wir da wieder erreicht. Dann ist es aber so, dass der Körper halt schlau ist, also der Körper, musst du dir vorstellen, der Körper ist eine übelst intelligente Maschine. Der Körper denkt sich so, ja okay, das war jetzt scheiße, dass ich jetzt so platt war im Training, dass ich danach so kaputt war, das ist nicht gut. Am nächsten Mal soll das nicht so sein. Das heißt, er wird besser, damit er halt im nächsten Training nicht ganz so kaputt ist. Das heißt, die Leistungsfähigkeit geht über das alte Niveau heraus und ist nach einem neueren, höheren Niveau. So, das ist ja auch immer das Wort. Kompensieren, er kompensiert und er super kompensiert, also er geht quasi, er kompensiert etwas mehr. Super, darüber hinaus, sollte eigentlich sehr verständlich sein. Das heißt, wir haben irgendwann ein deutlich erhöhtes Leistungsniveau und im Optimalfall, so sollte es gehen, deswegen steht das Ganze ja auch hier, so sollte es gehen. Setzen wir hier den neuen Reiz, ups, sorry, setzen wir hier oben den neuen Reiz und dann geht das Ganze wieder von vorne los und so wird kontinuierlich immer und immer wieder ein höheres Leistungsniveau erreicht. Das ist, wie gesagt, sehr stark vereinfacht, aber von der Grundidee her steigt so über die Zeit, über viele, 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 viele Trainingseinheiten unser Leistungsniveau. So sollte es gehen. Dann gibt es aber noch den natürlich anderen Fall und den sehen wir im Endeffekt hier. Hier hat ein Sportler den Reiz deutlich zu früh gelegt. Wie man sieht, wir haben trainiert, haben uns regeneriert und wir waren aber noch nicht auf dem vorherigen Niveau und schon mal gar nicht darüber hinaus. Also der Sportler hat zu wenig gewartet, hat über zu wenig Pause gegeben und dementsprechend kann der Reiz zu früh. Und wenn wir das zu oft machen, kommen wir in so eine Abwärtsspirale. Das heißt, unser Leistungsniveau sinkt immer weiter, weil unser Körper immer und immer, immer weiter sich entfernt von dem, wo er sich zumindest mal regeneriert hat. Und das ist kritisch, weil A, wir machen keinen Fortschritt, B, wir werden wenig leistungsfähig und wenn wir das zu lange machen, kriegen wir halt irgendwann Probleme. Wir verletzen uns wisswahrscheinlich, wir geraten gegebenenfalls ins Übertraining, da sind krank. Das sind alles so Dinge, die dann passieren können. Und das Dramatische ist halt, je länger ich das mache, desto länger brauche ich ja auch immer wieder rauszukommen. Wenn ich irgendwo unten bin, dann muss ich erstmal von hier bis wieder da hochkommen. Wenn das Profisportler haben, bei Profisportler mit Übertraining sehr verbreitet, brauchen die teilweise einen Arzt dafür. Und mehrere Wochen bis hin zu Monaten, bis sie wieder aus dem Übertrainingszustand rauskommen. Deswegen, das Ganze ist nicht cool und das Ganze sollte man auch definitiv nicht unterschätzen, tun trotzdem manche. Deswegen ist es halt auch so verbreitet im Profisport. Also es ist wirklich, ich meine da mal gelesen zu haben, über deutlich über 50% der Profisportler hatten da jetzt schon auch Probleme. Hier bei uns in unserem Bereich kann das teilweise auch vorkommen. Gerade wenn man irgendwie zusammen das Ganze mit vielen Übungsplätzen zum Beispiel macht, wenig Essen, viel Belastung, wenig Schlaf, das ist alles so ein toxischer Mix. Könnte man jetzt viel drüber reden. Bei uns zum Beispiel im Coaching, ich glaube, es gibt dazu alleine drei Stunden zum Thema Übertraining. Wie man das erkennt, also was da für die Symptome zum Beispiel sind, wäre das auch nicht unbedingt so easy festzustellen. Weil es gibt ein sympathisches und ein parasympathisches Übertraining, wo die Symptome teilweise gegensätzlich sind. Trotzdem ist beides Übertraining und es ist auch sehr schwer zu erkennen. Da muss man aufpassen. Aber das wird es noch gar nicht ein Thema sein. Wenn du das mehr wissen willst, schreib uns einfach. Gucken wir uns jetzt erstmal die Bestandteile an. Und das im Grunde ist das, die Leute sind simpel. Schlaf und Ernährung sind die größten Blöcke mit jemals 45 Prozent. Wenn man das richtig macht, hat man eigentlich schon fast alles richtig gemacht. Dann kann man auch ergänzende Maßnahmen machen, die 10 Prozent ausmachen. Aber da ist so ein bisschen Ironie dabei. Viele fokussieren sich immer auf diese ergänzenden Maßnahmen. Da kommen wir gleich zu. Und vergessen dabei vollkommen das Thema Schlaf und Ernährung. Die gänzenden Maßnahmen sind alles Sachen wie Geldkosten, wo die Fitnessindustrie sehr viel aktuell macht. Was natürlich auch cool ist, was fancy ist. Einfach mal schon eine Stunde früher schlafen gehen. Ist halt nicht so cool. Und machen deswegen die wenigsten. Bei Schlaf kommt es primär auf zwei Dinge. Das ist natürlich einmal die Schlafdauer. Die ist grundsätzlich individuell. Es gibt Menschen, die kommen mit wenig Schlaf klar. Es gibt Menschen, die brauchen mindestens acht Stunden. Das muss man für sich selber feststellen. So sieben bis acht Stunden ist so der Durchschnitt. Darunter sollte es nicht gehen. Darunter steigt auch in der Regel die Verletzungsgefahr durch Studien ziemlich schnell. Und das sollten wir einfach vermeiden. Genau. Ist auch davon abhängig. Habe ich einen Rest oder habe ich einen Tag, wo ich Extrembelastung hatte. Die Belastung mal hatte. Das zu gegebenenfalls länger so dran schlafen wir uns am Tag. Wie gesagt, muss man individuell feststellen. Können wir für euch machen. Schlafqualität. Hier muss man unterscheiden zwischen REM-Schlaf. Das ist die Schlafphase, in der wir auch träumen. Und Tiefschlaf. Tiefschlaf ist besonders für uns Sportler wichtig. Beides ist wichtiger, aber Schlaf hat den Aspekt, dass hier die physische, also die körperliche Erholung stattfindet. Im REM-Schlaf ist es eher so, dass da die psychische, vom Kopf her, Erholung stattfindet. Tiefschlaf werden zum Beispiel auch große Mengen von Wachstumshormonen ausgeschüttet. Haben wir nicht genug Tiefschlaf. Ja, fehlen uns die einfach und wir erholen uns halt nicht wirklich gut. Wie kann man das Ganze umsetzen? Wie kann man sicherstellen, dass man guten Schlaf hat? Ist im Endeffekt relativ einfach. Das ist falsch geschrieben übrigens. Mit Schlafhygiene. Schlafhygiene ist ein Konzept, wie man deinen Schlaf verbessern kann. Auch wenn du das mehr wissen willst, wenn man das Ganze individuell anpassen muss, melde dich gerne bei uns. Ernährung. Ernährung ist im Grunde schwieriger umsetzen als Schlaf, weil schlaft geht man im Endeffekt im Zweifel mal eine Stunde früher schlafen. Relativ easy Ernährung, muss man viele Dinge beachten. Einmal natürlich, wir gehen quasi jetzt von oben nach unten. Kalorienbalance ist extrem wichtig. Das heißt, wenn man die Kalorien nicht aufnehmen, im Vergleich zu dem, was ich verbrauche. Einmal gibt es Zwischenüberschuss, das heißt, ich esse mehr Kalorien, als ich eigentlich brauche. Dann würde ich entweder, und das ist gut dafür, um Muskulatur aufzubauen oder einfach um halt Performance, Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Wenn ich in der Phase, in der ich sehr viel trainiere, sollte ich einen leichten Überschuss haben. Wenn ich Muskulatur aufbauen will, sollte ich ebenfalls einen leichten Überschuss haben. Wenn wir, so wie wir jetzt sind, erhalten wollen, wir wollen weder abnehmen noch zunehmen. Dann sollten wir ungefähr so viel essen, wie viel wir verbrauchen. Das ist quasi eins zu eins. Kein Überschuss, kein Defizit, Balance. Und wenn wir Fett abbauen wollen, brauchen müssen wir weniger essen, als wir brauchen. Dass ein Defizit entsteht, und dieses Defizit wird sich der Körper dann höchstwahrscheinlich, im Optimalfall, aus den Fettreserven ziehen. Das ist so grob das Konzept. In der Praxis kommt es noch ein bisschen darauf an, wie man isst. Da musst du auch die Marktes richtig verteilen. Dazu kommen wir jetzt. Aber auch das muss man, wie gesagt, individuell anpassen in der Situation. Markoverteilung. Hier muss man halt gucken, je nachdem, was man für Ziele hat. Wie viel Fett esse ich, wie viel Albers esse ich, wie viel Kohlenhydrate esse ich. Hier gibt es verschiedene Ernährungsformen. Da muss man schauen, was darf ich sein. Das Richtige ist, da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil da muss man eh individuell gucken. Auch je nach Kinnungsphase, was für eine Sportart. Ein Ausdauersportler muss anders essen, als ein Powerlifter zum Beispiel. Makronährstoffe, Mikronährstoffe, zum Teil vor allem Interminen natürlich. Da muss man wissen, der Bedarf steigt bei Stress. Das heißt, den mehr Stress ich habe, psychisch und physisch, also auch körperlicher Stress im Training. Aber auch vor allem psychischer Stress, den in unserer Gesellschaft irgendwo jeder hat. Der Körper unterscheidet dann nämlich nicht, ob ich jetzt Sport mache, ist für ihn Stress. Und das ist derselbe Stress, ob ich jetzt zu Hause mit der Freundin Stress habe. Ob ich, keine Ahnung, irgendwelche Sorgen habe, irgendwelche Probleme habe. Das ist für den Körper alles Stress. Und da steigt der Mikronährstoffbedarf schnell an. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal ein Blutbild einzuholen. Also man guckt, ob man irgendwelche Defizite hat. Vor allem, wenn man Vegetarier ist oder Veganer ist, Vitamin B12, dann Risikonährstoff, aber auch Eisen zum Beispiel. Und Vitamin D für Mitteleuropäer. Ich weiß, viele sagen halt so, ja, mit Vitamin D kann ich genug bekommen, wenn ich, weiß ich nicht, drei Minuten pro Tag draußen bin in der Sonne. Das Bullshit ist durch Studien belegt. Fast alle Mitteleuropäer haben damit Probleme, genug zu bekommen. Ist ja logisch, weil wir erstmal hier sowas tragen, Kleidung, oft tragen wir Jacken. Das heißt natürlich lange Hosen, das heißt für einen Großteil unserer Haut, wo man mit Vitamin D3 gewildert werden kann. UV-Strahlung und so ist bedeckt. Dazu sind wir alle mal, ja, höchstwahrscheinlich acht Stunden pro Tag arbeiten. Das heißt im Gebäude, hier kommt auch nicht unbedingt so viel Sonne rein. Das ist kein Sonnenlicht, sondern das ist LED. Und acht Stunden schlafen wir, das heißt 16 Stunden plus minus sind wir wahrscheinlich sowieso schon mal drin. Dann gucken wir abends noch ein bisschen Fernsehen, morgens noch ein bisschen. Also so viel sind wir nicht draußen, dass sich das lohnt. Und dazu kommt noch, dass die Achse der Sonne nicht unbedingt optimal ist dafür. Dementsprechend, das macht auf jeden Fall immer Sinn zu supplementieren, gerade im Winter. Hydration ist auch extrem wichtig. Genug trinken, weil nur gut überdrehte Zellen funktionieren gut. Wasser ist halt mega dafür wichtig, dass gewisse Reaktionen im Körper stattfinden können. Und wenn wir nicht genug trinken, haben wir da ein großes Problem. Okay, dasselbe gilt für die Essensqualität. Stark verarbeitete Lebensmittel, also alles, was irgendwie fertig ist, auch Fastfood, alles, was ich halt irgendwie nur aufwärmen muss, eine Mikrowelle. Aber auch im Endeffekt, ja, nur gut, alles, was halt irgendwie wirklich stark verarbeitet worden ist, was halt nicht mehr so aussieht, wie das mal, dass ich das irgendwo in der Natur holen kann und essen kann. Erhöhen, Entzündungswerte. Ist einfach so. Und darunter leiden dann auch andere Prozesse, wie zum Beispiel ohne schwiegendes Thema. Supplements, das ist natürlich so ein Ding, wo die meisten denken, so ja, wenn ich hier drei, vier Pillen nehme, dann kann ich das hier alles ausschalten, weil dann habe ich ja alles gemacht. Ist Bullshit. Supplements sollten grundsätzlich immer erst ganz zum Ende kommen. Das heißt, wenn ich diese ganzen Punkte gemeistert habe und ich das gut mache, dann sind Supplements da für die letzten drei Prozent. Man würde sie aber immer gezielt einsetzen. Auch hier macht, wie gesagt, ein Gutbild Sinn, um da einfach Klarheit zu haben, was brauche ich überhaupt, weil wenn ich vielleicht keinen Vitamin C-Mangel habe und ich halt trotzdem, dass mir das jeden Tag reinknallt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm für den Körper, aber es ist einfach halt Geld, was halt einfach aus dem Fenster rausgeworfen wird. Und ja, das muss eigentlich sein. Ja, das sind, wie gesagt, die zwei größten Blöcke, sind aber auch zwei Blöcke, die sehr, ja, Ernährung ist halt aufwendig, das wirklich gut zu machen, mit Vorkochen, mit Nachdenken, mit Variationen, mit vernünftiges Lebensmittel raussuchen, bio, regional, saisonal, schwierig, zeitaufwendig, hat gefühlt mehr Bock drauf, ist einfacher, Supplements zu nehmen. Schlaf ist eigentlich relativ einfach, aber, jetzt kommen wir hierzu, ergänzende Maßnahmen, zehn Prozent machen die nur aus, wirklich nur die Spitze vom Eisberg, nennen wir. Und das ist aber etwas, was die Fitnessindustrie im Endeffekt aktuell ziemlich pusht, ne, diese Blackboards sind zum Beispiel sehr im Trend, diese Massagepistolen sind sehr im Trend, irgendwelche anderen Gadgets sind sehr im Trend, und Meditation, EMS, Yoga, Atemübungen, was, alles so Sachen, die sehr präsent sind, auch in den Medien, von denen man sich halt sehr viel, aber auch Supplements natürlich, von denen man sich sehr viel erhofft, die halt sehr krass beworben werden, aber, wenn der Schlaf scheiße ist, wenn der Ernährung scheiße ist, dann wird hier auch eine Blackboard, dann wird hier auch irgendwelche Meditationen oder Atemübungen nicht unbedingt helfen. Das ist alles halt Sachen, die ergänzend sind, und die auch nur gut funktionieren, wenn halt das da oben funktioniert. Das Ganze kann man unter dem Begriff aktive Erholung zusammenfassen, also Cardio einhalten, die nicht wirklich reinsteppern, das heißt dann auch andere Impact Cardio, also lockere Sachen, die durch gute ein bisschen zu fördern, wie gesagt Blackboard macht Sinn, Yoga kann man machen, Humidity generell sollte man tun, EMS kann man auch machen, also nicht nur als Trink, sondern auch für Erholung, also diese Dioden, die man sich da auf die Beine generell in den Muskeln machen kann, kommen ein paar Stromstöße, dann wird das Ganze ein bisschen mehr durchblüfen und so, macht in der Theorie super Sinn, in der Praxis, wie gesagt, müssen die Sachen hier oben stimmen. Meditation generell gut zum Stress abzubauen, Atemübungen dasselbe, aber wie gesagt, was ihr versteht, das ist, die beiden Sachen müssen erfüllt sein, damit die erst wirken. Wie gesagt, bei Ernährungssupplements machen erst Sinn, wenn das, 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 das und das passt. Wenn ich zu wenig esse, dann kann ich so viele Proteinshakes und Proteinrinkel essen, wie ich will, die werden mir vermutlich nicht viel bringen. Dementsprechend, passt auf, lasst euch ja nicht um die Verarschung von irgendwelchen Werbegrosschaften. Und, ja, genau, wenn du Bock hast, dass wir, dass du die Ideen hier aus dem Video bei dir auch umsetzt, dass du deinen Schlaf mal vernünftig in den Griff bekommst, dass du dann deine Ernährung in den Griff bekommst, dass du da generell erstmal überhaupt so ein Konzept überhaupt entwickelst, dann kannst du entweder über den Link der Beschreibung zu uns kommen oder über www.ppfgermany.de. Da kannst du dann ein kostenloses Erstgespräch mit uns machen und dann entweder ich oder ein Trainer von mir. Mal schaut bei dir, was aktuell deine Situation ist, was machst du schon richtig, wo müssen wir noch dran arbeiten. Dann werden wir zusammen eine Strategie, so einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, die dir helfen können und, ja, da kriege ich den besten Griff. Dementsprechend freue ich mich da auf jeden Fall auf das Gespräch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hau rein!